hey ja willkommen zurück zu holiday lemming 1994 heute am 22 dezember ja das bedeutet heute sonntag das bedeutet auch heute ist der vierte advent damit der letzte advent für diese weihnachtszeit ja gestern hatten wir ein level was vom letzten moment geschafft haben wie ihr sehen könnt ihr time ist ab aber wir haben es noch gerade zu ihm geschafft heute gibt es zwei levels die hoffentlich nicht so knapp werden von der zeit und zwar fangen wir an mit dem ersten das heißt level 11 und zwar mit dem namen emmings noel ja in diesem level haben wir 70 emmings alle müssen davon retten 50 und sechs minuten zeit okay gucken wir an wir haben dort ein ausgang dort ein ausgang mit zwar eingang und sollen nach dort okay was haben wir zur verfügung zwei kletterer zwei fallteilspringer zwei bomber zwei blocker sechs brückenbauer null buddler zwei minearbeiter und zwei buddler nach unten oder gräber nach unten okay wir können nicht durch buddeln hier das heißt wir müssen da das so weg machen auf diese art und weise mit den beiden dass die da dass die zu zweit wahrscheinlich dann hier wegräumen und dann müssen wir dafür sorgen ja da müssen wir noch zwei zurückzahlen übrig haben zwei brücken dann müssen wir noch andernfalls noch dafür sorgen dass wir hier die verbinden können das ist auch mal lustig da müssen wir mal einen minstollen verwenden dass wir hier uns hochbauen und dann uns hier irgendwie treffen oder so irgendwie sowas also ich mal sagen wir machen das mal los geht's und wir fangen mal hier an mit dem wird so ein klappen irgendwie du brauchst ohne seine brücke da ok so was macht er da also nicht so geplant oder aber vielleicht geht das noch er hört doch wieder auf irgendwann er hört doch wieder irgendwann auf aber vielleicht auch nicht sieht momentan nicht so aus es war jetzt so genau da gemacht dass wir jetzt habe ich jetzt aufgehört habe schon angst gekriegt so ok sie müssen hier irgendwie so mal gucken ob das jetzt funktioniert oder das jetzt zu hoch war wir werden sie jetzt sehen wie das jetzt funktioniert ich hoffe wenn das wird richtig gemacht sonst ist natürlich blöd so den muss ich jetzt mal so nehmen funktioniert ne das funktioniert gut müssen wir hier mal rüber naja genau der sich jetzt auserwählte müssen wir irgendwie das ding hier kaputt machen ja es geht auch gut das ist gut auch das geht auch das ist schön gut dann kriegen wir das relativ gut hin ja muss ich nur tief genug sein und dann entsprechend noch rüber bauen möglicherweise so ok wie wollen wir denn mal rüber bauen irgendwo geht das tun so noch ein bisschen tiefer so ok mach das mal nur mal gucken her irgendeiner da so das reicht auch ok ich konnte ja jetzt nicht genau sehen wo der lang läuft deswegen warte ich einfach bis da irgendeiner mal kommt ja das einfach mal jemand hochklettert so irgendeiner will es denn sein da ist er ja da ist er ja da müssen wir direkt hier wenn er oben ankommt wir sofort wieder runter schicken uh das war aber knapp so immer dafür sorgen dass der das alles weg macht und dann haben wir das schon geschafft ja lief doch gut kann man eigentlich nicht beschweren wenn man ehrlich ist lief doch sehr gut ja hatte ich nicht erwartet dass wir das so gut hinkriegen so ok komm ich schon drüber so ok super das geht schön Zeit haben auch noch genug ja wunderbar ja das liegt doch mal richtig gut also da muss man sich nicht beklagen das liegt doch ja gut hast du da nicht ein bisschen angst hier weil der hat dich so tief durchgebuddelt hier das war fast zu genau wenn man ehrlich ist aber naja egal wenn hat es ja dann geklappt also alles in ordnung doch da haben wir die emminge nach Hause gebracht jetzt geht es auch nicht weiter mit lemmingen sehen auch genauso aus die emmingen hier diese emmingen so ok sehr schön das freut mich und hier haben wir deutlich mehr Zeit beim letzten mal so alle durchgebracht all lemmings accounted for ja super jetzt geht es weiter mit dem nächsten level das heißt mary christmas haben wir in diesem level 25 lemminge nur zur abwechslung 100 prozent retten also alle veröffentlichten rate von 1 und 5 minuten Zeit ok gucken wir uns mal an wir haben 15 die Brücken für jeden einen und ja überhaupt alle geradeaus wir sollen von dort nach dort und mal schauen wo müssen wir denn hin aha 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 die müssen hier irgendwie überall rüber dann wo ist denn der ausgang hier von diesem Labyrinth hier hier wenn die hier rein wenn die hier rein fallen können sie können sie nach Hause ok ja ja müssen wir müssen ein paar mal umdrehen wie es aussieht aber ja sollten wir hinkriegen gut los geht's jetzt müssen wir halt aufpassen dass sie in das richtige Loch rein fallen so das reicht dann schon ok äh das ist nicht so gut wir haben diesen Platz so das reicht auch um da welche rüber zu bringen ne einen fehlt noch einer fehlt noch so das reicht auch ja ok hier muss einer weg du auch du musst auch weg so hier müssen auch noch hier rüber so und hier haben wir auch genügend Brücken dafür äh wo willst du denn hin ha ja einer ist jetzt zurückgelaufen das heißt er ist weg die kann ich nichts mehr anfangen ja die waren ja gerade dabei und irgendeiner irgendein Idiot ist da zurückgelaufen irgendeiner von den Lemming das war ja richtig schlecht hm nochmal ja eigentlich nicht so schwer aber offenbar um doch mal irgendwie der meinung plötzlich umzudrehen das ist das was ihnen einfällt diesen Lemming er ist vielleicht auch ein Lemming vielleicht deswegen so wo bauen die überhaupt hin so das reicht hier rüber zu kommen gut so das reiht auch ok ok und weiter das reicht auch schon so dann müssen wir auch noch rüber kommen nein nein ach das war wieder zeitgleich habe ich ja nicht gekriegt das ist doch gar nicht so schwer eigentlich wo kommt der eigentlich her ja was macht denn da unten ja habe ich wieder einen übersehen der irgendwie da unten gelaufen ist doch mal muss man das besser machen ja häng ich an diesem Level fest was gar nicht so schwer ist das ist das ist nicht schwer nein absolut nicht aber irgendwas mangelt hier an den Fähigkeiten von mir ja irgendwie will das nicht so ganz hinhauen so ok ok ah die sind weg ja kriegt auch nicht mehr weg kriegt auch nicht mehr raus ach irgendwie läuft das hier gar nicht ich mache irgendwas falsch ich mache irgendwas falsch daran also irgendwas läuft hier total schief wir sind nur ein paar Brückenbaum nehmen wir mich doch gar nicht also irgendwie hm war es eben das Level vielmals schwieriger und und jetzt hänge ich hier total fest das kann doch nicht wahr sein so ok so das geht doch auch ja kommt auch rüber alles gut und schön das reiht auch so kommt der hier das reiht auch schon um da rüber zu kommen ja gut das ist der letzte das reiht auch ok jetzt können wir hier alle runter ok aber hier wird jetzt kein Lemming irgendwo anders langlaufen so wir müssen jetzt alle runter hier ja so so ok weiter geht's weiter geht's nein ach nein das ist der da unten drin und ich hab's doch fast geschafft ach nee aber nur fast ach nee aber nur fast ey es gibt's es gibt es gibt noch einen anderen Weg hier muss ich da echt da lang oder könnte ich einfach hier rüber laufen und ich könnte hier rüber laufen oder nein ich könnte hier rüber laufen tatsächlich ey ne ach Gott alles überbauen reicht eigentlich ach ja hätten wir vorher drauf kommen können aber leider habe ich nicht daran gedacht dass es auch geht habe ich nicht daran gedacht muss ich leider sagen so ok das reicht gerade soeben habe ich ein bisschen Zeit hier ok das reicht auch schon ach ist das eine Aktion hier da das reicht auch ja ok ok sollte reichen hier ich denke ich ihm alle rüber ich gucke ob das reicht ja alle eh draußen glaube ich aber egal das geht mir tatsächlich auch ey ach läuft hier irgendein Lemming hier verstreut rum ne ne ach Gott man muss hier gar nicht unten rein man kann irgendwo oh man muss drühe laufen gut ich hab vorher eh nicht geschafft weil immer irgendwie einer umgedreht ist irgendein Experte von den Emmingen ja naja das war egal wie schwer wenn man es genau betrachtet ne war ein wirklich einfacher als der letzte aber ihr habt ja gesehen das gibt das selbst das ist nicht so einfach wenn es einfacher ist ja naja gut aber glaubt man kann trotzdem hier unten lang eigentlich man kann hier unten lang und dann rechtzeitig da die ganzen Brücken bauen aber ja so geht es natürlich nur einfacher das waren die ganze Aktion hier unten naja hinter immer immer schlauer ich hab's nicht gewusst am Anfang aber naja gut waren hängen geblieben jetzt da war dadurch war die Folge ein bisschen länger hatte ich auch seine Vorteile auf jeden Fall war's das für heute ich hoffe ihr verbringt den vierten Advent noch richtig gut den letzten hoff ihr genießt ihn noch deswegen danke fürs zusehen denken das feedback und bis zum nächsten mal also bis morgen